Ich nehm den mal an, aber... Aber ich werde jetzt die Hauptmission weitermachen. Die will nur Fotos, das ist ne Dauerquest. Boah, da gibt's Punkte, Leute. Geil. Boah. So viele Hippie. 307.000 oder 30.000, haben sie gescheit gesehen. Auf jeden Fall ein Haufen. Wie sieht's denn aus mit unserem Level? Wir haben ein Waschich-Level. Boah, du brauchst schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Kann man nicht bewegen. Hier ist die Mission. Hier ist die Mission. Hier ist die Mission. Hier ist die Mission. Wie kommt denn deine linke Nummer? Das ist eine Schwuppe, da oben gesagt, die Linke. So, der Heli kriegt jetzt ordentlich in den Arsch. Komm jetzt, Neuro, da geht's um Ersche. Oh, 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 das Ding schaut nicht gut aus. Oh, jetzt kommen die ganzen Wappler oder was? So, jetzt müssen wir hier treffen. Oh, ich habe Stufenaufstieg. Geil. So, dann werden wir einen Odesta-Skill, aber sie ist eh schon groß. Das ist quasi ein Stadion. Wo haust denn du hier rum? Lass mich mal ran, ich mach das! Ich habe bessere Waffen wie hier. So, Nukenbau jetzt aber echt nicht mehr, das müssen wir mal aufhören. Das bringt nichts. Hallo! Boah, die halten aus jetzt. Die leveln ja mit mit mir. So, den schnell helfen da. Geh doch mal aus dem Weg, dann könnte ich besser fighten. So, hier. Wo, 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 wo. So. So, du machst das schon. Weg da. So. Geh Bro. Ah, wie kleine Pisser. Scheiß Striche da. So, Hammer. Auf die Fresse. Den Schisser. So, was müssen wir jetzt machen? Äh, Deffen oder was? Ich warte. Kommt ja keiner. Aber dann mal, hier ist was geiles. Oh ja. Oh yes. Patzer Faust. Oh, nicht ins Feuer. Wo soll denn das hin? Ah, alles klar. So, Deffen wir uns hier mal. Schön Deffen hier. Kommen die Hippies. Na, kommt näher. So, der ist vergiftet, das läuft. Geh nicht schnell helfen da. Stirb! So, das haut hin. Boah, du musst denen allen helfen, sonst krepieren die. Na, der ist eh im Strom, das passt. Lass ihn in Ruhe, Junge. So, der nächste. Ja, das läuft doch. Noch einer. Halt's mal. Hässlicher. Da hinten muss ich noch einen helfen. Boah, die halten jetzt schön aus. Sogar mit dieser guten Waffe. Wow. Sauhut. So. Das ist aber Schluss hier. Komm, gib Ruhe jetzt. Oh, da. Hier haben wir noch einen. So, das hat sich. Wer ballert denn hier so? Lass ihn schon in Ruhe, da. Ah, stopp. Na weg da, dann könnte ich mehr fighten, wenn ihr nicht so im Weg seid. Meine eigenen Mitstreiter sind ziemlich im Weg. Das sind zwei große Zombies, aber ich mache das schon. So, läuft. Haben wir's? Ne, da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Da sind noch Schisser. Arsch. So, das kann man weg. Das brauche ich nicht mehr. Ich bin nicht so schneller, wenn die hereinkommen. Na, nicht rausheben wir. Jetzt geht's. Hält schon aus, du. So, wieder retour. Dem Typen helfen da. Ups. Ja, ja, ich arbeite dran. Nicht knabbern an ihr. Das darf nur der Chief. Ah, kein Problem. Aber das ist ein besonders fettes Arschloch. Hey, alle auf ihn drauf. Der hat gekriegt. So. So, haben wir alle? Noch irgendwo Pisse? Da ist noch was. Da ist noch was. Alter, was für'n Haufen. Aber ich sag's ja mir hinzu. An einer geilen Waffe, da läuft es natürlich. Müssen wir nur ein bisschen in Bewegung bleiben. Du stehst auch unten jetzt. Oh, hier gibt's geile Sachen. Oh, ja, geht mir das. Boah, da war's. Oh, ho, 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 ho. Alter. Ja, schreien jetzt. Aber ich seh das schon. Da kommen noch viel mehr. Das ist das Problem. Ich mach gar keinen Sound. Die können ruhig leinkommen, weil dann geht das irgendwie sogar leichter. Das einzige, was wir machen sollen, ist die Waffe langsam reparieren. Sonst haben wir ein Problem. So, was haben wir denn für eine Waffe sonst noch? Die da? Ja, die kennen wir ja nicht. Ja, weapons ready. Lasst die rein. Wo sind wir denn die Schisser? Da kann man sein. Oh, ho, 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 ho. Fuck, was ist das denn? Ja, man kann's übertreiben. Oh, lalalala. Ich hoffe, die Hilfe. Oh, ne, 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 ne. Irgendwo ist so ein Mistvieh. Boah, sind die stark jetzt ungesell. Die halten das auch aus. Oh, scheiße. Ich kann ja nicht mit Mollis da herumwerfen, weil dann ficke ich die eigenen wieder. Das ist nicht so gut. So, den Hammer. Der muss weg da. Wichser down. So, die nächste A$$hole. So, aufgeschlägt, die Saudi. Oh, langsam wird das was. Da kommen sie. Lass das im Papa machen. Hau euch alle nieder da, die Sauhunde. Komm her. Ups. Ups. Die sind Zombies. hey lasst mir doch durch ihr dummen k.i.idioten kann ich doch nicht helfen wenn ich mir nicht durchlässt die bauern auf den zu beißen das ist sicher der endfight oder sowas ich brauche raus da das sind ein bisschen extrem viele wenn ich jetzt nur wirklich super waffe hätte das ist ein richtiges bauern gift ist besser als elektro das sehe ich schon den hat sie läuft extrem nervig den großen kriegen wir auch noch weg ist er läuft schon wieder incoming allerletzte welle lass mir da drüber man muss man die waffe reparieren das ist das einzige was ich brauche so das geht auf die waffe na klar die können ja gerne kommen ich warte von einer Seite das ist so schnell gegangen da geh du aus dem weg du idiot voll idioten diese dämliche k.i. oh ausdauer oh hoppala ah voll die prügelei hier sind wir nun schaffte schon oder alter du ah ich gebe mir den schub so boah boah da geht's ab ich glaube mit waffen komme ich da weit nicht so besser vorwärts wie mit dem ding hier was ich habe so irgendwo hier ist noch einer hä wo ist denn der wo ist denn der hier ist der in der mauer oder was lol der buckt hier toll den kann ich nicht töten hoffentlich komme ich hier weiter jetzt wenn der da drin buckt glaube ich ich könnte das nicht beenden ich jetzt sie mir hier zu ich gut das das ein So, die müsste sterben, die ist vergiftet. Ja, das ist jetzt ein Problem. Da kann ich vielleicht mit dem Molly was reißen, sonst wüsste ich nicht. Ne, scheiße, das ist ein Bug. Den kannst du nicht töten. Das ist blöd. Ah, da drüben ist noch einer. Ja, das ist jetzt blöd, Alter. Aber jetzt kann ich das Ganze nur mehr machen wegen einem scheiß Bug. Das ist so idiotisch. Der ist in der Mauer. Wie soll ich denn den töten? Unter dem Spielfeld, da kann ich nicht hinhauen. Ah, das ist doch scheiße, sowas. Oh, das Ganze jetzt nochmal nur wegen dem Blödsinn hier. Fuck. Oh. Aber der kann raushauen, oder was? Ne, verarschen. Ja, der ist da irgendwie reingepackt. Sie kann... Kannst du aber auch nicht wirklich... Was könnte man machen? Granaten vielleicht, ne? Ah, toll, das kannst du vergessen. Jetzt kann man nur mal laden wegen einem so einen Arschloch, was da drin packt. Das ist doch idiotisch. Ehrlich, ehrlich jetzt. Das kann so nicht sein. Kann der nicht treffen, den Wichser? Fuck off, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Extreme Scheiße. Den ganzen Scheiß dann nochmal, oder was? So. So, was ist jetzt? Ja, die Zombiewelle soll nun kommen. Hoffentlich packt jetzt nicht wieder einer. Das ist nicht ganz von Anfang an immer hin, aber das ist trotzdem idiotisch, weil wir wären schon viel weiter. So, hält mal. Oh, da kommt ein Neu. So, ist so zackig gegangen. Hammer. Tinkerigen wandle ich in die Fresse hier. Hoffentlich packt nicht wieder einer dadurch. Das ist schön, dann kriegst du sowas. Ah, ich brauch was da. Die kriegen so viele Schläge. Das ist die Alte da, der mir mal geholfen habe. Hat's wohl nicht überlebt, die Tante. Oh, ich brauch's. Boah, die sind starke. So, retten wir. Auftrag unten diesmal haben wir. Puh. Na, endlich. Ich bin so dumm. Wird die jungen. So. So. Oh, ich weiß. In einem Moment, ich dachte, wir werden eigentlich alles wegschrauben. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Was kann ich tun, um Hilfe zu helfen? Was kann ich um Hilfe machen? Ich beginne zu verstehen, wie verrückt ich bin. Ich war nicht ein guter Mann oder Vater. Sylvia war wunderschön, aber tief in der Mitte, ich dachte, vielleicht, vielleicht, irgendwann, ich könnte Dinge richtig machen, aber jetzt, ich kann nicht helfen, aber ich denke, dass sie wieder weg ist. Es gibt immer eine Chance, dass sie noch alive ist. Ich werde einen Augenblick aufhalten, okay? Du wirst nie wissen. Wenn du das für mich würdest, gehst du in der Haus, sehen, ob sie noch da ist? So, ich nehme mal die Aufträge alle an. Danke, mein Freund. Es bedeutet so viel für mich. Sie lebt in einem kleinen Apartment, nahe dem Seamarkt. So, dann kriege ich noch einen Auftrag, beziehungsweise das Hammer. Wow, Stufe 55. Tödliche Katana, ey, jetzt habe ich die Überdrüber-Mega-Hyper-Düber-Waffe hier. Da ist ja der letzte Nix dagegen. Es ist wertvoll. Ich kann immer versuchen, den Chopper aufzunehmen. Hell, vielleicht Serpa weiß noch einen anderen Weg aus der Irlande. Vielleicht sollten wir diesen Chopper folgen. Ich werde mein Bestes machen. Ich denke, es wird irgendwo nahe der alten Fort. Ich denke, es wird irgendwo nahe der alten Fort. Es ist nur eine 4-Mann. Ist es kein Zeichen von Serpa? So. Warte mal, das verkauft da. Verkaufen du das Scheiße? Tödliche Katana, das ist das. Die macht zu viel Damage. Perfekte, schwere Pistole. Die brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Die Panzerfaust behalten wir auf jeden Fall. So, und diesen Stacheldraht-Ding, den können wir weggeben. Denn da haben wir inzwischen bessere Waffen. Mh... Wurf mich der Ball in das. So. Brauche ich denn eine Werkbank? Huh. Für eine Sekunde da. Ich dachte, wir werden eigentlich die Hölle rauskommen. Hier, meine Werkbank. Das wird jetzt die Überdrüberwaffe. Das weiß ich jetzt schon. So. Als erstes mal reparieren. Die, unter unseren Kantanern. Die hat nämlich naturgemäß schon 1936 Damage. So, dann investieren wir jetzt. Was hat sie jetzt? 2130. 24. Und... Boah, das ist teuer. Aber wir haben genug Geld. 2785 Damage! Na, wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Was nehmen wir? Elektro-Schurm, Schock-Flinte, Detox-Gewehr. Lol, es gibt Sachen hier. Schock-Schrot-Flinte gibt es auch. Mach ich Elektro-Schüsse. Das ist richtig gut. Was? Schallpuls-Granate? WTF? So. Jetzt machen wir den Dirty Dancing. Elektro-Dinge. Jo, läuft. Und die will ich jetzt haben, die Waffe. Das ist jetzt unsere allerbeste Waffe. Und die ist echt geil. So, schauen wir uns das jetzt mal an. Jo, die läuft. 2,8 Damage. Ne? Da kann man damit leben. So, was haben wir jetzt alles für Aufträge? Mal gucken. Was ist das da? Suche die Abschlussstelle. Sub-Schraubers ab. Super Capes. Super Schuhe. Das haben wir da auch schon geschafft. Das mache ich aber definitiv nicht mehr, weil das ist irgendwie verpackt. Familienbande. Suche Sylvias Haus. Wo ist denn das? Das ist hier. Okay, das können wir machen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Finn E characteristics. kann das ist. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018